So, da sind wir wieder. Ja, ich muss dazu sagen, in der letzten Aufnahme ist mir das Spiel abgestürzt und ich hatte noch ein paar Probleme, deswegen habe ich dann nicht weiter aufgenommen. Jetzt geht aber alles wieder und ja, ich muss noch was sagen und zwar musste ich leider Gottes die Musik ausmachen. Warum? Weil leider Gottes ist die Musik, gut die, alles an Musik GEMA gesperrt und ich hatte in den ersten 10 Videos recht zu kämpfen, dass es da irgendwie hinhaut, dass mir das nicht direkt wieder von YouTube runtergenommen wird. Und das habe ich jetzt mehr oder weniger hinbekommen und ich will es einfach nicht mehr riskieren, dass mir irgendwann halt das Ganze letztlich weiß, GEMA und YouTube ist derzeit viel am Laufen. Ich weiß, dass es wahrscheinlich auch nicht mehr lange laufen wird mit der GEMA, aber das Problem ist einfach, jetzt läuft es halt noch und ich will nicht, dass ich mir die ganze Mühe mache und irgendwann in das Let's Play so oder so runtergenommen wird, deswegen ohne Musik und ich hoffe, dass reicht. Oh, los geht's. So, wir müssen. So, wir müssen hier alle abschließen und dabei möglichst nicht sterben. So. Dann kommen wir, Jäger. Okay, ich sehe sie. Ähm, da unten sind noch welche. Da ist noch einer. Bloß einen noch. Einen noch. So, abgeschlossen. Sehr schön. Ach du Scheiße Ach du Scheiße Okay, wo sind die denn? Hier, die, die Dings Ah, da Ja schon, einen haben wir Damit müssen wir jetzt so ziemlich zäh genau Darauf ballern Ne, falsch Darauf ballern Oh, sehr schön Ist das ein Torpedo? Ja Wir können uns natürlich auch noch damit beschäftigen Alle zu machen Hier, aber das ist glaube ich Mehr oder weniger Zeitverschwendung Scheiße Ah, sehr schön Jetzt noch die Haupt Das Hauptteil Ah Und Zack Verledigt Ah Okay Wenn wir jetzt alle noch schön machen Haben wir vielleicht noch die Chance In irgendeiner Hinsicht Wahre Jedi zu bekommen Das wird extrem schwer Scheiße Der Jäger wird im Gohasonödland abstürzen Sie wollten den Droiden holen Entsendet einen Stoßtrupp zu dem Wrack Oh 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 Okay, da müssen wir uns jetzt wieder mal anstrengen, hier ordentlich rumzudriven. Natürlich auch möglichst viel Geld mitnehmen. Oh, das macht Spaß. Das könnte ich öfters machen. So, und da spielen wir das erste Mal mit Ray. Ja, wo ist Ray? Enttäusch mich nicht. Äh. Warte, ich tausche mal mit BB-8. Äh. Mist. Warum, warum kann man mit der denn nicht richtig angreifen? Okay. Die sagen ja erstmal noch ein bisschen Geld. Oh, es gibt mir mein Geld wieder. Muss ich denn nicht erstmal eine Waffe rausholen oder so? Ah. Ah, okay. Mich irgendwie... Oh. Irgendes... Achso, genau. Ich hab, ich hab aus Versehen die, ähm... Einstellungen für das Teil hier geändert. Deswegen hat es hier auch nicht mehr richtig funktioniert gerade. Ach. Okay, wie komm ich da hoch? Äh, anscheinend gerade gar nicht. Äh. Ich muss den Anführer ausschalten, sonst ruft er immer neue Helfer herbei. Ist der Anführer der da oben, oder? Okay. Noch ein paar Münzen. Gut, wir müssen jetzt erstmal einen Anführer suchen. Der Anführer ist, glaub ich, der da da oben ganz entspannt sitzt. Aber dazu brauchen wir wahrscheinlich mal irgendwas erstmal zum Bau hin. Damit wir den da, ähm... Auch machen können. Ja, und da haben wir auch schon was, denke ich. Wahrscheinlich mal wieder was für, ähm... BB-8. So. Ah, okay. Oder auch nicht. Oh, sehr schön. Da lässt man uns empfangen. Wie viel Münzen lässt er fallen. Kann jetzt auch nicht die ganze Zeit hinterher ran. Ah. Zack, 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 zack. Ah. Okay. Äh, ich weiß jetzt immer noch nicht. Ich dachte, wir sollen noch was anderes bauen. So. Bei Herzen, sehr schön. Braucht mir jetzt. Aha. Erstmal hier Münze einsammeln. Dann ist hier noch was. So. Es erscheint nur doch, als könnten wir die Teile in irgendeiner Hinsicht benutzen. Ne, können wir nicht. Besser. Ähm. Aber die Teile. Los, irgendwas müssen wir doch benutzen. Ja. Da können wir Teile benutzen. Wer die Wahl hat, hat die Qual. Was könnte eine Lagerbestia ablenken? Oh, wie süß. Eine Maus. Wir werden hier kaum rausklettern können, also müssen wir uns wohl durch diesen Sternzerstörer arbeiten. Mit dem Hebel da oben sollten wir die Luke öffnen können. Okay. Dann habe ich aber gerne Münzen sammeln. Ja, ob du mir helfen wirst. Wegen dir sitze ich doch in diesem Schlamassel. So. Ah, ich glaube, ich glaube, töten ist hier nicht, ähm, der Gedanke von. Ich glaube, es wäre gerade nützlich, äh, wenn wir ihn, ähm, besteigen würden. Wenn ich es seltsam anhört mit Taste 5. Jetzt sei brav und wirf mich nicht ab. Eine Lagerbestia. Für gewöhnlich friedlich, aber du möchtest sie nicht erleben, wenn sie angreift. Ja, gut, da hat es gerade angegriffen. Gut, gehen wir halt nicht nach da oben. Ich denke, wir müssen nach da oben. Fahne ich da auch hier an. Ne. Kann ich nicht irgendwie hier rauf springen und von da dann direkt da rauf? Naja, irgendwie muss ich doch die Luko da hinten öffnen können. Ja, hier geht es auch nicht mehr lang. So. Ich habe noch ein bisschen Kleingeld gesammelt. Gut, haben wir es auch noch gesammelt. Okay, ähm, derzeit ein bisschen unentschlossen tatsächlich. Was ich am besten machen könnte. Ich muss ja praktisch... Ich muss ja praktisch ein Rötuschnacht da oben kommen. Irgendwie geht es aber halt nicht. Warte mal, vielleicht kann ich mit denen ja... Tür da oben öffnen. Warte mal, das geht doch. Na klar geht es. Hier. Hier. Hier geht es schön schnell. Ich nicht einfach durchrennen. Nee. Ich bin gerade echt, ich weiß gerade echt nicht, was ich machen soll. Alles klar. Ah. Ah. Will da doch nur rauf. Kann man nicht irgendwie Hinweise abholen? Nee. Nee.